Was soll eine Panzerdivision sein? Ich bin nicht die Generation, die das erlebt hat und ich bin auch nicht die Generation, die sich als Mittäter fühlen müsste. Aber ich glaube, es gibt irgendetwas wie eine historische Geschichte. Was sagt man dazu? Bitte gut machen geht nicht. Ich bin nicht die Geschichte. Ich bin nur der Schmerz. Die Schmerz. Die Schmerz. Die Schmerz. 8 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018